Hey Leute, hier ein kleines Informationsvideo, muss ich ganz schnell rauskloppen. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Sims 2, die Ultimate Edition davon, also Sims 2 mit allen Erweiterungen, gibt es im Moment kostenlos von EA, weil der Support eingestellt wird für Sims oder Sims 2 oder hin und her, links und rechts, keine Ahnung. Ihr, ähm, befolgt einfach die Schritte, die ich unten in die, in die Beschreibung reingestellt habe. Ihr gebt einfach den Gutscheincode in Origin ein, bei Code einlösen, und zack, schon habt ihr Sims 2 mit allen Erweiterungen geschenkt bei euch im Origin-Account. Und das gilt noch bis zum 31. Juli, also haltet euch ran und löst es bald ein. Und viel Spaß mit Sims 2. Wuhu! Ciao!